Ja, schönen guten Morgen zusammen. Dienstag, was liegt heute an? Heute Abend haben wir Vorstandssitzung von Krufelten. Vorrangig wird es darum gehen, das Oktoberfest zu bereiten. Oktoberfest, werdet ihr denken, da habe ich ja noch gar nichts von gehört. Nein, kommt noch. Merkt euch den 23. September, da wollen wir auf der Wiese am Markt ein tolles Festzelt aufbauen und bereiten gerade ein super Programm vor. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber das muss natürlich organisiert und vorbereitet werden. Das machen wir heute Abend gemeinsam im Bürgerstübchen. Vorher heißt es natürlich wieder ab zur Arbeit und am Nachmittag vielleicht noch den einen oder anderen Flyer verteilen, das ein oder andere Gespräch führen. Denkt daran, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mir gerne Nachrichten schicken oder aber ihr kommt zu unseren Infoständen. Da werden wir ja auch noch einige durchführen. Die Termine findet ihr auch auf meiner Seite oder wir haben sie schon angekündigt. Ansonsten erledige ich euch auch ans Herz. Donnerstag, 19 Uhr, Bürgerstübchen, die Veranstaltung unter dem Motto, was will der überhaupt? Da stelle ich mich und meine Ideen nochmal vor und da hat jeder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir sehen uns Donnerstag.